Da ist ein Weg. Ich hab's doch gewusst irgendwie. Irgendwie hab ich's gewusst. Ah, das ist hier, genau. Zack. Hier lang, runter, links. Was bekommen wir denn? Ein Feuerjuwel. Hatten wir so eins nicht sogar schon? Ich bin mir nicht mehr sicher. Eine Voruga. Mmmh. Aber auch für Lexus. Und ein Drachenei. Wie viele Drachenei haben wir schon? Ähm. Nein, ich kapsele. Tasche. Sortieren. Ähm. Dracheneier. Fünf Stück. Okay. Wir hatten doch hier, genau. Das Krebsding braucht auf jeden Fall schon mal keiner. Feuerjuwel. Könnte sie lange brauchen, aber dann hat sie echt wenig... Nee. Kriegt keiner. Ähm. Voruga. Oh, nice. Hm. Verwirrte Gegner. Mit Konfusion. Okay, cool. Ähm. Zack, zack. Zu weit. Zack. Schön. Okay. Och, nee. Fuck, Fliege. Biene, Wespe, was auch... Ja, Mücke. Uh, ein Ratz. Komm. Geh mal ratzen. Geh ne Runde ratzen. Voruga greift sogar alle Gegner an. Okay. Okay. Aber wir machen an sich echt kein Damage an die Viecher, ne? Beben. Ha. Okay. Das war gutes Damage, Haru. Das war echt gutes Damage. Wow. Heilige Kacke, Haru. Ich wusste gar nicht, dass du so eine geile Attacke drauf hast. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ist auf jeden Fall recht nett. Respekt. Hab mich grad ein bisschen gewundert, du. Also hab mich grad ein bisschen weggehauen. Oh, jetzt haben wir diese Mäuschler auch noch weg. Äh. Ah, gut. Sogar mit Vorspül kommt mir das ziemlich langsam vor. Das ist echt ätzend. Was muss... Hier muss man irgendwas machen, oder? Ah. Hochnehmen? Kann man was hier hinwerfen? Nein, können wir nicht. Aber wir müssen hier runterfallen. Oder? Ja. Das machen. Genau. Hier jetzt hochgehen. Hier wieder rüberziehen. Wow. Okay. Äh, ZB, Flammfluss. Mir egal, ich setze jetzt alle ZB-Attacken ein. Flammfluss und Satanbiss. Auf den. Die machen einfach echt zu wenig Damage. Noch mehr! Wow. Besiegt. Ich hasse diese Mäuschler. Die sind so nervig. So anstrengend. Anstrengend. Ah, schön. Heilen. Ich wollte mich nämlich gerade mit Starkzauber heilen. Irgendwie, aber... Gut. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Zieht der nicht sogar Mana ab? Ich glaube schon, oder? Ja. Wow. Ganz sehr viel. Hör mal auf. Nicht cool. Jetzt muss ich gleich nochmal auf das Mana-Feld gehen. Einfach, äh, das ist das hier, ne? Nein, nicht das. Das. Gut. Weil 39 Mana ist schon, also... Das könnte schon ein bisschen... Ja. Schlecht sein. Oh. Ich hasse diese Mäuschler. Die sind so... Ah. Da. Danke. Haru ist ein Level aufgestiegen. Schön. Das ist... Das ist nice. Ähm. Achso. Zack. Genau. Gut, 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 gut. Ähm. Einmal den noch da. Zack. Machen wir den einmal nach hier. Genau. Und den darunter. Und den darunter. War jetzt nicht so schwer. Hätte man auch ohne die... Hinweisplatten auf dem Boden erkennen können, dass man das machen muss. Ich finde, da waren sie gerade ein bisschen überflüssig. So ein bisschen vielleicht. Ganz minimal. Na, na, na. Na, 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 na. Dö, 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 dün, dün. Dim, di, 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 di. Mal dim. Dam, dam. Hört doch mal. Auf zweimal anzugreifen. Ihr seid scheiße. Mann, oh. Äh, zack. Nein, Seeland macht einmal stärker auf... Zack. So, und ja. Dö, dün. Ah, hat nicht mal so viel aufgefüllt, wie ich erwartet hab. Aber warum greifen die denn zweimal an, ey? Chaoskralle, ja genau. Ist okay. Nee, ich will nicht wegratzen. Ich hab erwartet, der rennt auf mich zu... Och, nee. Ja. Moichler, wuhu. Meine Lieblingsgegner momentan. Ähm. 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 Ja. Ähm. Wow. Warum? Was hat der gemacht? Vollstrecker. Ah, okay. Das war's. Das hat er gemacht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Hat der sich grad selber angegriffen? Der hat sich doch grad selber angegriffen, oder? Ha. Okay. Okay. Jetzt sind er bis... Jetzt... B-b-b-b-b. Ist aber bis sie. Ich danke. Och. Anstrengende Viecher. Anstrengende Viecher. Och, nee. Hätte ich nicht. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich hätte es einfach nicht sagen dürfen. Setz einfach nicht wieder vor Strecke ein, bitte. Das war nämlich ein bisschen nervig. Okay, auf Haro geht das. Tut mir leid, Haro. Es tut mir leid. Danke. Ach, nö. Euch spule ich jetzt auch vor. Ihr seid mir ein bisschen anstrengend. Bist du hierhin zu anstrengend. Einfach nur, weil ihr zweimal angreifen könnt. Und ich nicht. Das ist nicht... Cool. Ah. Ah, besiegt. Ah, zum Glück. Ah, anstrengend. Okay, Moment. Nicht, dass ihr gleich im Endkampf kommt. Und ich bin nicht vorbereitet, weil nicht vollgeheilt und so. Och, nee. Oh, nö. Oh, nö. Ah, ah. Okay, Moment. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen hier. Hm, Saatambiss. Ich mach mal Saatambiss auf den. Flammfluss. Ah, ist okay. Mann, haben die viel Leben. Wow. Wow. Was hat gerade... Was hat gerade Haru für einen Angriff gemacht? Was hat er gerade Haru... Was hat Haru gerade für einen Angriff gemacht gehabt? Alter. Das war auf jeden Fall ein starker Angriff. Ach, mach den Angriff nochmal. Du hast viel Damage gedrückt. Hör auf abzuwehren. Hör auf abzuwehren. Ach, Mensch. Wieso setze ich stärker auf Lexus ein, wenn Lexus nicht mal Leben verloren hat? Dein Ernst? Ach, das ist nicht... Oh. Also, du Ratz, ne? Dein Ernst? Ist am Grat... Ich will gerade halt auch irgendwie keine ZP angreifen... Äh, ZP irgendwie... ...losen Faust. Schönes Damage. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Och, dein Ernst? Alter, das ist ein Endloskampf. Das ist einfach ein Endloskampf. Lexus, besieg. Dein Ernst? Was für ein Schlag? Irgendein Fausenschlag oder so. Lexus soll die Erfahrungspunkte bekommen. Hat er. Das war ja wenig Erfahrung dafür, dass wir vier oder fünf von denen besiegen mussten. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Nicht cool. Hör. Terrorroute? Satambiss. Flammfluss. Normal Angriff. Nice. Okay. Okay. Ja, nice. Ja, okay. Super. Stirb. Stirb. Oh, besiegt. Zum Glück. Oh, warum muss es hiervon denn so viele geben? Leute, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ha, ha. Mensch, Mensch. Erdbeben. Uh, schön. Erdbeben ist schön. Erdbeben ist richtig schönes Damage. Du hast dich gerade echt Verstärkung gerufen. Ist das deine Ernte? Kann doch nicht wahrsteigen. Hör. Noch mehr Angriffe. Machen. Er hat keine Verstärkung gerufen. Das ist unsere Chance. Nice. 91.000. Alter. Geben die so viel Goldmünzen? Warum haben wir so fucking viel Goldmünzen? Okay. Die letzte Ratze. Teufelsratze. Okay, besiegt. Äh, nicht. Oh, kommt schon. Dein Ernst. Ähm. Helfer. Auf Seeland. Ich glaube, hier könnt ihr mir verzeihen, dass ich vorspule, oder? Ich glaube, hier könnt ihr mir definitiv verzeihen, dass ich vorspule. Wir sind ja, alter. Wir sind ja anstrengend, diese Viecher. Kannst du mal aufhören, Seeland zu töten? Was ist denn los mit dir? Junge. Junge. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Okay, gut. Geh weg, du Vampir. Save-en. Ja. Oi, oi, oi. Ach, nö. Dein Ernst. Gerade Ratze. Jetzt nochmal diese Meuchler. Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Mensch, 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 Mensch. Oh ja, falsch, Dreck auf. Geh, ist okay, ist okay, ist okay. Äh, 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 äh. Oh, besiegt. Ach, nö. Also, ich mein, ne. So langsam ist gut. So langsam ist echt gut. Okay. Noch ein Kampf. Kriegen wir hin. Ist okay. Äh. Wären die nicht so anstrengend? Dann wär's ja wieder was anderes, ne? Okay. Oh, besiegt. 103.000 Goldmünzen. Wie versprochen, Prinz Zelle, bring ich dir den Feuer, Rubin. Sprich nun mit dem König von Taro. Ich werde meinen Vater, äh, ich werde, äh, was? Das werde ich. Mein Vater hat bestimmt, er hat bereits zugestimmt, dass du neuer Minister des Landes wirst. Warte einen Moment. Was zum, wer bist du? Der Feuer, Rubin, ist ein Symbol des Friedens zwischen Danubi und Oralio. Was wär, äh, ich werde nicht zulassen, dass es von einem, äh, von der Gierheit des Einzelnehmens braucht wird. Wer im Namen der Hölle, äh, seid ihr, sprecht. So sei es. Woher steht der mächtige und bisher unbesiegte Krieger, Guy? Ich bin Doki, der Ritter der Gerechtigkeit. Okay. Äh, ihn nennt man Lexus. Äh, ihn, nee, warte, sprich Guy, oder? Ih nennt man Lexus, das Genie des Jahrtausends. Was sind die so eine meite Szene an die magische Fehl der Vernichtung? Ähm, hast du bei unserer Vorstellung nicht etwas übertrieben? Findest du? Aber es klang doch ganz gut, oder? Wow. Naja, was, äh, wollt ihr mich beleidigen? Greift ihr an! Och, nee. Komm, ihr seid zu easy. Dampffammer. Wow. Ist okay, greift ihr... Was ist denn los mit euch? Warum... Es geht... Heute ist alles gegen Guy. Alles ist gegen Guy. Aber wir setzen halt einfach mal... Kein Dings ein. Äh, äh, äh... Dün, 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 dün. Kein, ähm, keine ZP. Denn ich weiß noch, was wir, äh, auf was wir treffen werden noch. Das ist noch ein bisschen ätzend. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Diese Ritter hier sind auch gar nichts. Sind ja auch an sich recht easy, wie ihr merkt. Dün, 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 dün. Machen wir nochmal Stärke auf alle. Damit alle wirklich voll geil sind. Komplett. Dün, 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 dün. Okay, außer Seeland. Das war ja nicht... 10.000 Erfolgspunkte, das war schön. Jetzt kommt nicht... So kommt ihr nicht davon, oder so. Prinz Ella, öffne bitte die Tür. Nö. Ich nehme den Feuerrubin an mich. Was, 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 was habt ihr noch mal vor? Das soll der König, äh, unser König entscheiden. Äh, es ist warm in meinem Zimmer. James, hast du wirklich... Äh, ja. Ich kann dir deine Tate nicht vergeben. Du hast zu viel angerichtet. Äh, ja, ja. Bring dir den vor Ort. Komm mit. Mit in die Zelle. Äh, ja. Lass uns mit den Friedensverhandlungen fortfahren. Ja, damit der Friede zwischen unseren Ländern endlich zustande kommt. Nun wird alles wieder gut werden, Doki. Das liegt ganz bei Danubia und Auralio. Die beiden Länder sind, äh, aber auf dem besten Wege. Das glaube ich auch. Ja, Mann. Easy. Dim, 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 dim. Das Friedensverhandlungen ist nur unterzeichnet. Das ist ein neuer Beginn für Danubia und Auralio. Ja, Mann. Ich habe da so ein unbestimmtes Gefühl. Typisch Frauen. Oh. Prinz Leon. Hier ist der Feuer, Rubin. Bitte nimm ihn. Äh, nein. Ich gab ihn für den Frieden zwischen unseren Ländern. Ich kann ihn nicht annehmen. Nimm ihn. Der Rubin gehört nach Auralio. Ich habe außerdem eine Imitation anfertigen lassen. Ich will ihn nicht. Lieber wäre mir... Nein, ich kann es noch nicht sagen. Noch nicht. Wie bitte? Prinzessin Thea, was ist... Was ich wirklich möchte, ist... Dich. Dich will ich haben. Ähm. Dieser Frieden wird bestimmt sehr lange halten. Das denke ich auch. Oh, ihr seid süß zusammen. Tschüss. Ich sollte, glaube ich, nochmal mit ihm reden. Denn er muss mir erlauben, da durchzugehen. Warte mal. Ist er weg? Er ist weg. Ist er oben in seinem Zimmer oder so? Dö, 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 dö. Ich will hochgehen. Danke. Ähm. Ich will nochmal kurz gucken. Äh. Waffen. Schrauber ist jetzt schlechter. Eisenmantel. Wir könnten hier noch so ein bisschen Sachen kaufen. Eisenmantel für Seelan, würde ich sagen. Kraftjacke. Ja, gut. Darf kann Seelan nichts tragen. Eisenmantel für Seelan. Silberpanzer. Silberpanzer auf jeden Fall. Alter. Äh. Was macht der Silberpanzer? Magie, Staub. Okay. Äh. Ein. Noch für Doki. Ein. Und noch eine Kraftjacke. Für Guy. Schattenhut. Ja, klar. Hä? So, danke. Ein Silberhut. Ein Eron-Schild. Das senkt den Angriff um einiges. Nö, kriegt keiner von denen. Niemals. Dö, 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 dö. Hm. Ich wollte nach oben gehen. Ja. Ist der hier? Nein, ist der nicht. Er ist, denke ich mal, schon in dem Heimatland zurück. Also in Oralion? Oder Oralio? Eins von beidem. Was ist das denn? Ein Kampfbarsch. Ist aber ein fetter Kampfbarsch. Ei, 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 ei. So, ich glaube, noch 20 Minuten nehme ich auf. Das heißt, noch einen Part. Oder bin ich hier? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, wir reden nur noch einmal kurz mit dem Prinzen. Und dann nehme ich nicht mehr auf. Ich muss da rausgehen. Einmal. Ich muss einfach einmal rausgehen. Weil wegen zu warm. Hier seid es. Wir halten das Wasser drauf. Ja, dankeschön. Düm, 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 düm. Na, 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 na. Hier gab es doch auch noch einen Shop. Okay, das ist nur das komplett gleiche, was es auch in der anderen. Im anderen Königreich gab. Düm, 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 düm. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier beenden wir die Aufnahme-Session. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Wir sehen uns bei der nächsten Mal wieder. 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 Wir sehen uns bei der nächsten Mal wieder.